... vor den Traualtar führen. Aus Zeitmangel ist die Hochzeit nämlich bislang immer verschoben worden. Und damit soll nun Schluss sein. Verliebt sind sie schon lange, verlobt seit 21 Monaten und im Sommer wird auch endlich geheiratet. Das Eheversprechen gaben sich beide drei Minuten vor Mitternacht am Millennium-Silvester. Und ihr Glück steht in Blemmerpärchen sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Darf ich nach der Hochzeit fragen? Sie dürfen. Wann ist es soweit? Im Sommer. Und schon die ersten Vorbereitungen getroffen? Die ersten sind seit zwei Monaten ganz kräftig am Arbeiten, aber es ist sehr viel Arbeit. Aber im Sommer ist es soweit und da werden sie es bestimmt als erstes wissen. Wo wird denn gefeiert? In Deutschland. Für Thomas ist es die zweite Heirat. Seine Ehe mit Nora wurde vor einem Jahr rechtskräftig geschieden. Ein Hochzeitskleid hat Claudia bereits in Auftrag gegeben. Jetzt muss sie nur noch das Ja sagen üben, denn das hier ist sicherlich nicht die richtige Antwort auf Thomas' Frage, willst du meine Frau werden? Vielen Dank. Danke.